Was willst du mir andrehen? Ich handle mit Produkten, die sich von allein verkaufen. Du bist ein Waffenhändler, der Drogen verkauft, Ricky. Ich brauche keinen Verkäufer. Das tut mir leid. Wir brauchen Geld. Ich werde es versuchen. Ich bitte dich doch nur um einen geregelten Job. Ich hätte nicht gedacht, dass du anrufst. Und die Risiken? Erwischt zu werden. Wie viel? Miss Ellers? Das Einzige, was zählt, ist, dass du ein Mann bist, mit dem niemand rechnet. Hast du heute mit mir gerechnet? Er ist die perfekte Tarn. Du lieferst was ab und bringst was zurück. Slim weiß, wo du hin musst. Achte darauf, dass unser Handelsreisender hier keine Dummheiten anstellt. Ich sage das nur einmal. Wenn du uns verarschst, wirst du und jeder in deinem Umfeld... ...sterben. Ist das Teil von irgendeinem beschissenen Plan? Cliff, Mann, was für eine geile Scheiße! Woher weiß ich, dass du das nicht auch mit mir machst? Wenn ich es gewollt hätte, wärst du längst tot. Wir mögen es nicht, wenn jemand etwas nimmt, das uns gehört. Jeder Plan braucht einen Sündenbock. Glaubst du etwa, das, was du tust, hat kein Verfallsdatum? Das lief ja wie geschmiert. Das lief ja wie geschmiert.